Was ist die Welt der Spieler? Im eSports gibt es zwei Welten. Es gibt einmal die Spielerseite, die Welt der Spieler, die immer größer wird und jedes Jahr riesige Wachstumszahlen hat. Und es gibt die Unternehmensseite, die versteht, dass diese Zielgruppe extrem interessant ist und auch immer größer wird. Und der eSports Manager ist derjenige, der die beiden Welten verbinden möchte, der sowohl die Unternehmensseite beratend in den eSports reinführen möchte, aber auch den eSports näher auch wieder an die Unternehmensseite, an die professionalisierte Ebene ranführen möchte. Und das ist die Unternehmensseite.